Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 3. Februar 1898. Heute vor 125 Jahren wurde der finnische Architekt und Möbeldesigner Alva Aalto geboren. Ein Beitrag von Jochen Stöckmann. Er war nicht nur Architekt, hat viele Möbel gezeichnet. Er war sehr vielseitig interessiert in der Umwelt der Menschen. Elissa Aalto, Witwe und Büropartnerin des finnischen Architekten Alva Aalto, mag sich 1984 anlässlich einer Ausstellung in Wien auf einzelne Bauten gar nicht erst einlassen. Zu umfangreich ist das Lebenswerk. Allein in Deutschland sind darunter ein achtgeschossiger Wohnblock für die Interbau 1957 in Berlin, Kirche und Kulturzentrum in Wolfsburg, 1959 der Entwurf für das Theater- und Operngebäude in Essen. Alva Aalto, geboren am 3. Februar 1898, hat nach dem Studium Anschluss an die Avantgarde um Le Corbusier und Walter Gropius gefunden. Deren ausschließlich funktionalistische Architektur mag er aber nicht ohne weiteres übernehmen. Von seinen Zeitgenossen war er eigentlich ein wenig Rebell. Er hat etwas anders gedacht als, sage ich, Bauhausarchitekten oder dieser sogenannte Modern Style. Auf die Realisierung dieses etwas anderen Denkens achtet Elissa Aalto, als sie nach Alvas Tod 1976 die Umsetzung seines Theaterentwurfs für Essen begleitet. Statt Gebäudemassen rational und platzsparend blockweise zu stapeln, werden sie in unterschiedliche Elemente aufgefächert. So strahlen Aaltos vielfältig gegliederte Häuser in die Umgebung aus. Dieses sinnliche Erleben, der körperliche Umgang mit seiner Architektur, ist ihm wichtig. Das zeigt sich exemplarisch 1937 im finnischen Pavillon der Pariser Weltausstellung, mit dem Aalto die traditionelle Holzbauweise zum Leitbild einer humanen Moderne erhebt. Holz ist ein Material, der nicht ewig besteht. Das finnische Bauernhaus ist ein lebendes Ding, das jedes Jahr gebaut wurde. Also ein bestimmter Teil des Hauses wurde jedes Jahr erneut. Das heißt, das Haus lebte mit. Im Radiointerview erläutert der international erfolgreiche Architekt 1958 seine Herangehensweise. Ob Holz, Beton oder Backstein, ob kantig rechter Winkel oder sanft schwingende Kurve, jedes Material, jede Konstruktionstechnik oder ästhetische Form wird geprüft. Je nach Bauaufgabe treffen ausdrucksstark gemaserte Holzverschalungen auf weiß verputzte Wände, werden ineinander übergehende Räume durch Fliesen, Eichenparkett oder Pflastersteine markiert. Der Architekturtheorie gilt diese unorthodoxe Verbindung von rationaler Planung und intuitiver Gestaltung als funktionalistischer Expressionismus. Was das praktisch bedeutet, lässt sich am 1932 erbauten Tuberkulose-Sanatorium in Paimio ablesen. Die Zimmer der Patienten sind mit Balkon nach Süden ausgerichtet. Die Einrichtung hat Aalto selbst entworfen, zusammen mit seiner ersten Frau Aino. Eine Liege auf Kufen wird aus Bugholz produziert. Das ergibt eine schnörkellose Wellenform, ideal zum Durchatmen. Diese Möbel versuchen für den Patienten so eine Art Welt zu erzeugen. Heute würde man sagen, ergonomisch, alles ist auf den menschlichen Körper zugeschnitten. Thomas Kellein hat Aalto's Inneneinrichtung analysiert, darunter geräuschlose Waschbecken und blendfreie Nachttischlampen. Der Kunsthistoriker kommt zu dem Ergebnis. Ab 1932 ist bei ihm fast alles rund und zugleich streng technisch-funktionalistisch konstruiert. So sehr die 20er Jahre den Konstruktivismus erfunden haben, so sehr haben die 30er Jahre ihn in Kreise und Schlaufen überführt, die Lebensfreude signalisieren sollen. Und das ist Aalto. Sein Design soll sich im Alltag bewähren, ebenso wie die Architektur, von der Aalto als Baukünstler in einer Art Vermächtnis fordert. Also nicht Sklaven eine Art von Modernismus sein, nicht historische Formen imitieren, sondern Formen und Funktionen in Bauen zu finden, von dem Städtebau bis das Interieur, um auch die ganze Technische, die strukturelle Welt menschlich zu machen.